Pan! Äh, was? Ja, hier, hallo! Herzlich Willkommen zurück zum 9.5 von Speedrunners! Ja! Ey, stopp! 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 Was? Die Stopp! Was? Das war's! Was war's? Was, was? Bist du da? Hat Pan doch grad gesagt, oder nicht? Achso! Hä? Ach, leck mich doch am Zykkerli! Kannst du mich mal lecken! Das hat grad so schnell angefangen, deswegen musste man's jetzt beeilen! Ja! Stopp! Häh! Boah! Abkürzung! Boah, was ist denn da los? Wo hat der Schwein? Nein, doch nicht! Ich hab endlich... Nein, nein! Was passiert hier? Nein, warum? Gerne! Ein Schwein! Wo muss ich hin? Ich seh nichts mehr! Tobi, hilf mir! Sag mir Bescheid! Oh, Tobi! Aaaaaaah! Das ist verfolgt nicht! Shit! Man kann's auch nach hinten werfen! Nein, kann er nicht! Doch, doch! Was? Ja, wozu? Tobi, wozu frage ich, ne? Wow! Guck mal, wie er jetzt hier die große Fresse hat da! Weil ich den Schnabel aufreißt! Den Schnabel! Ey, stopp! Stopp! Ich bin nicht so schnell! Ah, Mann! Pan, komm! Ich hab auf dich gewartet! Danke, Mann! Herr Tobi! Ja, schön! Ja, schön! Schön! Toi, ganz schön! Mann! Tobi, warte mal! Stopp! Wer schreibt ihn hier mal? Ups! Ach, mal! Oh, was! Ich bin genau im richtigen Moment zum Glück! Ups! Auch eine Wichskiste oder was? Guck mal! Der rollt! Und läuft direkt mal! Ich roll nicht ab! Ich roll nicht ab, Curry! Ich bin fett, ich hab Widerstand! Was willst du bei mir? Was willst du bei mir? Boah, was mit dir denn? Du Arschloch! Alter, Tobi, das war der Grip auf du! Das war... Wow! Tut mir leid, Curry, aber... Oh nein, ich muss nicht klatschen! Da muss nicht klatschen! Das war echt toll! Oh, der Erik kennt die Map schon wieder auswendig! War richtig toll! Komm, Tobi! Boah, was? Was für ein nicer Schwung! Ahhhh! 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 Oh, oh, oh! Von der Peter-Griffin-Äregel! Was? Der Tobi kann die Map wieder auswenden! Das ist es doch nicht! Oh, wow, 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 wow! Da bin ich aber gleich da! Alter, wie wenig Platz ist denn da? Tobi! Ahhhh! Nein! Nein! Der Tobi ist über die Scheißdinges gesprungen! Ja! Nein, Tobi! Ahhhh! Ahhhh! Nein, ich bin zu doof! Das gibt's doch gar nicht, Alter! Das gibt's doch gar nicht! Wir sind gleich in den 90ern! Mit 640 war viel... Keine Ahnung! Nein! Ich bin zu doof! Ich bin gesprungen! Nein! 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 Ich hasse Tobi und all seine Generation! Schönes Kompliment! Aua! Nein! Nein! Sex! Sex! Auf einer neuen Welle! Was? 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 Aua! Ey Pan, das war nicht schwer! Zwei hintereinander direkt! Danke! Alter, der Curry! Aua! Scheiße! Ich hab nichts! Nein, das war ein Aua! Fuck! Pan, hilf mir mal! Fuck! Jaaa! Jetzt, ich muss mal hier das Spiel verstehen! Aua! Mein Coop! Aaaaah! Nein! Nein! Das gibt's doch nicht, Alter! Dieser scheiß Tobi, sonst hätte ich jemanden von euch am Haken gehabt! Boah, hier! Aua! Afrika! Boah, krass! Nice, Tobi! Sehr geil! Nicht loben, sonst mach ich Scheiße! Tobi hast es sehr gut gemacht, Tobi! Das war echt zufriedigend! Das war richtig Scheiße! Tobi, das ist echt... Also, Spitzen-Spieler! Ah, Mist! Schade, ey! Aber man muss in Sekunden reagieren, ey! Oh man, diese Scheiße Motte, die da rumfliegt! Oder irgendein, irgendein Mistfall! Ach ja! Jetzt ist es die Motte wieder! Schnauze, Tobi! Oh! Puh! Das guckt das nicht! Ja, komm! Nein, ach! Abfuck, Alter! Das war aber schön! Schade, ey! Der hat schon wieder zwei Punkte, Mann! Der ist die ganze Zeit am... Mann, ey, das ist doch Wichser da! Was? Tschüss! Guck mal, ich bin hinten! Alter, Tobi, der schwingt sich da immer um die Ecke! Das ist wirklich krass, Riessohn! Was? Boah! Nice! Hä? Was? Ja, Hauptsache Ehring ist weg. Wie sie mich immer hassen. Nee, ich hasse dich nicht. So. Was? Ist das dein Freundchen ernst? Alter, das gibt es doch gar nicht. Ich wollt mal gucken, was ich für eine Waffe habe. Das gibt es doch nicht. Das ist unfassbar. Ja, genau. Guck dir das mal an. Da finkst du Huhn, Alter. Es ist unfassbar. Was ist da los? Es kann ja echt nicht sein, dass der die ganze Zeit immer gewinnt, ey. Ich spiele dieses Spiel nie wieder. Nein! Ciao! Hä? Tschüss! Ich bin runtergefallen. Ach, schade. Was gehst du? Finkeln? Wummeln. Ach, bummeln. Ach, bummeln. Ach so! Na gut, das macht's hin. Und wir warten hier unten einfach. Nice fahren, nice fahren. Ah! Boah! Alter! Oh nein, ich bin so doof. Weil Tobi, ey! Der Tobi stinkt mir ganz an die Tatsern, Mann! Oh nein! Oh nein, komm mir nie rum! Ich bin mir nie rum! Ich bin mir nie rum! Oh nein! Oh! Oh, was soll das? Entschuldigung! Wichshuhn! Oh nein! Warum schwinge ich da immer? Also... Alter, du mit deinem Schwingen, Tobi, ey! Tschüssken! Das ist ja Erik, das alles schafft, ohne seine Special-Fähigkeiten zu nehmen. Ja, ne? Hä, ich hab doch gerade... Was meinst du, wer euch eingefroren hat? Was meinst du, wer gerade die Meteoriten geworfen hat? Ja, dieser Strahl war schon krass. Ich krieg da immer nur eine Scheiße ein. Du hast gerade aber keine Scheiße. Ich hoffe, du bist dir klar. Äh, du... Nein, okay, tschau. Ich hör mal kurz auf, ne? Ja, alles klar! Oh meinst du, der mit deinem Schwingen ist so ein richtiges? Diese Lache, ey, diese Lache. Ich tue so weh im Kopf. Fuck, fuck! Immer als Kopfschmerzen, ey! Ich verkaufe dir hinterher nicht ein Exemplar nach dieser Folge. Was? Ich meine, der hat doch jetzt die ganze Zeit, oder? Der gewinnt immer Pan, das geht nicht! Hä, das stimmt doch gar nicht. Ist sehr ausgehoben heute. Doch, das stimmt. Immer Glück, der Mann. Achso, ja, Entschuldigung. Ich gewinne immer. Und alles. Komm, spiel doch leicht! Ja, ja! Ey, komm, gewinnt immer ne spiel doch leicht! Rutsche in deine Feinde, um sie anzugreifen. Das ist auch mal ein schöner Satz. Kuschel deine Feinde? Ne, rutsche in deine Feinde. Achso. Sind die Ante geil? Oh, das war ja geil. Es lief so gut. Aua! Au! Mann! Ja, ja! Ich nehm jede Kiste mit, Alter! Ich bin wie der HL! Scheiße! Oh Mann, ey! Mach, die kennen wir doch! Das ist, glaub ich, die erste Mette, die wir gespielt haben, ne? Oh, das war gleich gefährlich! Ja, jetzt wird gefährlich! Tschüss! Ja, natürlich! Ah, shit! Ah! Wow! Das tat weh! Meine Nase juckt wieder? Scheiße! Ja, meine auch die ganze Zeit! Mir juckt mein Arsch! Was? Keine Ahnung! Ah, du Arsch! Das war krass! Nein! Nein! Oh! Aua! Du hast immer noch nicht so recht, was diese Schallwelle macht! Nein! Nein! Boah, was? Was? Alter! Alter, du Huf! Ich fahr nach Kleb, ich hau dir mal aufs Maul, Alter! Ich bin ready! Ich bin bereit! Mein Body is ready! Oh mein Gott! Ah! Nein! Ich komm auch noch mal! Ich komm nach! Hobi, halt dich ran! Scheiße! Oh, schade! Aua! Ich bin ein wunderschöner Eisklotz! Oh! Das gibt's gar nicht! Was? Nein! Ich bin auch noch tot! Ich hasse alle beide, Alter! Ich klatsch euch mit den Köppern aneinander, dass die wieder Melonen spritzen! Nein! Nein! Mann! Okay, wir müssen echt mal Curry verprägen! Komm, wir machen einen Hobi-Sku-Treffen auf dem Curry! Alter, wie ist das voll runtergeduckt! Das geht ja sogar, ey! Voll krass! Pippa, der Move war nice! Wow! Alter, der Curry wird mir langsam ein bisschen zu imber hier! Was willst du denn jetzt schon wieder? Da muss man echt aufpassen! Nein, aber was bin ich denn für'n Horst! Bei dem Gold... Das Golde Kind von Klebel schlägt mir dazu, weißt du? Huuuuh! Hä? Wieso bist du so schnell?! Weil ich aerodynamisch bin, Tobi! Ich bin einfach aerodynamisch am Start, weißt du? Was soll das denn? Nö! Hä? Was soll da das denn? Oh Mann, ey! Ich hab abgeblockt mit meinem Rohr. Also mit meinem Horn, mein ich. Schon klar, schon klar. Mit deinem kleinen Karöttchen. Der Kerl immer mit ihrem Penis hier, ey. Hä, ich mein sein Einhorn. Pan immer auf... Sorry, ist das dein Ernst? Ich bin nicht mein erster... Ja, ich wollte doch auf Erik, Mann. So. Oh, danke. Ey, das ist unfassbar. Wat? Mann! Boah. Warum? Wollte ich irgendwie kriegen. Oh Mann, nehmen wir diese Scheißkiste. Boah. Hohohoho. Jetzt schon wieder eine Rakete. Oh, Alter, was? Ja, Mann. Ah, Mann. Wieso hab ich denn eine Rakete? Ich wollt einen Haken haben, Scheiße. Ah, Mann. Oh mein Gott. Ja, komm. Wir brennen durch. Nein, was? Wie konnte das denn passieren? Der ist auf der Kante hängen geblieben. Tobi, komm. Ich komm. Curry darf nicht gewinnen. Ich komm, Curry. Was? Was? Geil, Tobi. Nein. Komm, Pan, wir brennen durch. Ja, mach der nicht. Mach der nicht. Ja, du hast mich zurückgelassen, Tobi. Mach der nicht zurückgelassen, Tobi. Habe ich gar nicht. Doch, hast du wohl. Verzieh dich. Ja, er ist wieder richtig schnell in Aerodynamik oder was. Ja, sicher. Wollen wir fahren. Was? Entschuldigung. Nein. Pan wird immer so nervös, wenn es um die Wurst geht. Ah. Entschuldigung. Alle klar, Curry. Alle klar. Arschloch. Pippi Kacka. Pippi Kacka, Mann. Danke. So ein richtiger Pupertzen-Cabin. Weißt du, so ein richtiger Pupertzen-Cabin. Boah, Krakauer, das wär jetzt geil. Hashtag Pupertzen-Cabin. Ja, was Krakauer. Alles klar. Ich hab ne neue Map. Ich hab auch ne neue Map, komm. Mir ist egal. Die ist gut. Ich hab hier nie neue Maps. So, hau rein. Oh, das ist ne coole Flugzeug-Map. Die sieht auch cool aus. Ja, die Map ist geil hier. Flughafen, cool. Steiner-Town, Mann. Wir könnten auch mal User-Maps hier. Workshop-Maps rechts, ne? Beliebt diese Woche. Oh nein, ich hoffe, die kommt jetzt, weil jetzt hast du die nicht mehr gefehlt. Ich bin töttlich schnell. Wart. Oh, Steiner-Town. Hallo. Juhu. Kommt ihr mal. Kommt ihr mal. Kommt ihr mal. Kommt ihr mal. Einmal Ende. Kommt ihr mal. Ihr seid schon Rassisten. Oh ja. Warum Rassisten, hä? Was ist denn hier los? Ich verstehe gar nicht, was passiert gerade. Ich auch nicht. Kommt ihr mal. Wo ist Erik? Ach so, der ist in Tobi drin gewesen. Ja, geil. Ach. Oh nein. Hä? Oh mein Gott, ich bin nicht tot. Hä? 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 Was ist hier los? Ich verstehe hier. Ich verstehe die Hälfte für diese Map. Hilfe! Ja, was ist mit euch denn los? Wir sind Ero-Dynamik. Wir sind Ero-Dynamik. Tobi. Wir brennen durch. Komm. Das bin ich. Ja, ich. Ich meine aber Tobi. Scheiße. Boah Tobi. Boah Tobi. Ja, das war aber jetzt. Das war ja aber nicht so nett jetzt eigentlich. Nein. Penis. Ich weiß nicht wie es weiter geht. Ah! Was? 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 Boah Tobi! Boah Tobi! Scheiße! Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Mann. Aber der hässliche, das hässliche Pellhuhn wieder, Alter. Werd? Pellhuhn? Oh stopp, stopp, stopp. Warte mal kurz. Du hast da was vergessen. Oh Mann! Schade. Nein! Ich weiß nicht wo, ich sehe nicht wo es weiter geht. Du hast da geschickt. Ja, Mann. Oh. Mhh. Aua. Das war nicht nett. Boah. 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 Oh, ist das Lane. Nein, der hat sich geschenkt, der hat sich geschenkt. Nein! Nein, Scheiße! Der Pan ist noch im letzten Moment rausgekommen. Das war richtig knapp. Nein! Warte mal Pan! Warte mal Pan! Warte mal Pan! Nein! Oh! Dieser Stern einfach nur. Hä? Was? Was? Ach komm! Ups. Entschuldigung. Was passiert hier? Können wir uns nicht alle einfach vertragen? Oh mein Gott, voll gehen. Aua. Nein. Wuh! Ich hab keine Ahnung, was ich gesagt habe! Nein! Wir haben den hinten hinten, Alter! Bleib mal hier! Alter! Der kommt da angeflogen, ey! Oh nein, das war's! Oh Mann, ich bin immer so irritiert dann! Wow, was? Hä? Was passiert da grad? Oh mein Gott! Nein! Ey! Komm zurück! Ups! Wow! Nein! Ah! Diese fucking Kisten! Nein! Curry! Ich hasse Curry, Alter! Curry hüb jeden Abend! Boah, wie ist das, wenn man das mit, keine Ahnung, acht Leuten spielt? Das muss ja furchtbar sein! Boah, Alter! Ich weiß, ne, man kann glaube ich nur mit maximal vier, oder? Ah, okay! Okay! Eric, lass es! Bitte denk nicht darüber nach! Worüber denn? Nein, der hat den Haken! Der hat den Haken! Lass mich in Ruhe! Was? Ich sag ja, ich sag ja, das ist komisch manchmal, ne? Wie bitter! Wie bitter! Super! Alter, der hat das komplett in Frieden gehackt! Das ist unfassbar! Das war bei mir auch schon zweimal so! Ich war vor dir! Ich weiß! Ich hatte aber auch schon mal! Curry, ich weiß es doch nicht! Wow! Erich, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit! Das ist krass! Ja, Curry, um jeden Preis, Alter! I'm in it to win it, Alter! So, wie kommst du? Nee, nee! Boah! Ey, 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 ey! Sag mal! Hat er viel gebracht! Oh! Nein! Schon wieder! Na gut! Alter! Na geil! Boah! Was gibt's doch nicht in diese Scheißkisten! Gönn ich dir, Curry! Gönn ich dir! Ey, was willst du denn? Aua! Scheiße! Nein! Das war irgendwie sehr unnötig! Egal! Ey! Das gibt's doch nicht! Komm her, Erik! Komm her! Hörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhörhör! Ah, fuck! Nein! So ein beschissener Fehler, das darf doch nicht wahr sein! Ich glaube, du wolltest dir ein Geschenk ruhen, kann das sein? Nee, 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 nee! Ich wollte eigentlich nach rechts weiter, aber... Pahn, stopp! Da! Ich soll das klären! Aua! Die Scheißkisten! Oh Gott! Noooouuu! Nein! Oh Mann! Eee! Entschuldigung! Mhhh! 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 So, warte, geht's! Keiner sagt was! Ja, wir sind halt voll drin! Das sind die besten Folgen, wenn wir einfach nicht reden! In it to win it, man! Och komm, leck mich doch ab! Hey Tobi, sei nicht so frech, bitte! Das bringt uns alle nichts, diese Aggressivität hier, ja? What, what, what? What, was passiert hier? Hey Tobi, warte mal, stopp! Tobi, ich muss dir noch was geben! Hä? Mann, komm mal mit! Boah, ist das... Was war das denn grade? Hilfe! Hilfe! Wow! Pan, komm! Pan, komm! Ja, ja, warte, ich bin doch da! Krieg ich nur scheiße hier! Oh nein, ich bin so doof! Nein, aua! Danke! Stopp! Nein, wir brauchen Pan! Wow! Wer hat denn grad den Laser geschossen da unten? Ja, das war richtig blöd! Bei mir auch grade! Alter! Wuh! 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 Hihi! Schimmer ohne! Denk an, der Erik braucht jetzt nur noch einen Sieg! Da hat er gewonnen! Alter, das gibt's doch nicht! Was?! Oh, wie ich grad gesprungen bin! Im richtigen Moment! Ja, das war halt echt... Scheiße! Nein, ich bin an der Wand hängen geblieben! Pisse! Oh Mann! Scheiße! Stopp! Ja! Alter, was?! 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 Hä?! Die Beste! Hä?! Wie schnell Erik da wieder aufgeschackt ist?! Ja, aber echt! Ja, sag ich doch! Wenn ihm ihn polstern seiner scheiß Arsch... Ja, komm, Alter! Ich hab keinen Bock mehr mit dem Wichser hier! Wenn ich meine Kiste drüber fliege, dann liege ich im Moment! Aber der läuft einfach weiter! Ja, der hat einen Hex an, sag ich doch! Urlaubsort! Neue Map! Neue Spieloption! Spielhookers! Was immer das heißt! Heißt Hookers nicht Huren? Was sind denn Spieloptionen? Weiß ich nicht! Ich hab keine Ahnung! Modifikationen! Man kann hier... Und Verwirkbarkeit... Achso, ne... Spieloptionen... Modifikationen kann man hier einstellen, ne? Wo denn? Ich kann das hier machen! Kannst du auch auf Spieloptionen gehen? Spieloptionen kann ich... Ne, kann ich nicht! Da muss man sich freischalten, die Modifikation! Ah, okay! Ja, ich wähle mal die Map hier! Mal gucken, was das ist! Okay! Ihr könnt auch sonst irgendwas wählen, also... Bleibt euch ganz überlassen, Leute! Das ist kein Problem! Ist doch Wurst! Ist doch Wurst! Was ist das denn? Lasst uns Speedrunner spielen! Das ist PewDiePie, Mann! Hä? Toll! Ich hatte gerade PewDiePie im Ladebildschirm! Oh! Hashtag Pro Replacement! Arschloch! Ey, was war das denn? Ja, der war ein bisschen kackig! Ja, da konntest du nicht mehr aushalten, ne? Der war... Nein, der musste einfach raus! Wenn du drückst, dann drückst du... Hilfe! Stopp! Hä? Was soll das? Weiß ich nicht! Alter, wie ruhig wir alle sind! Das ist unfassbar! Jetzt rufe dich! Das ist so gut einfach! Ja! Ja, geil! Ah! Hui! Oh mein Gott! Der Tobi und ich machen's sehr gemütlich! Was? Ah! Was? Ich rutsche einfach weiter! Ja, das geht doch nicht, Alter! Das ist unfassbar! Boah, wie er sich wieder freut, ey! Oh! Aua! Aua! Ey, ich könnt's dir voll, Mann! Merk ich immer! Oh nein, ich bin nicht tot! Wo müssen wir hin? Oh, Leute! Der ist halt immer noch da, ne? Hilfe! Was? Tobi, stopp! Oh, Leute! Ah, jetzt bin ich nicht mehr da! Ich hab den Anschluss verpasst! An die Gesellschaft! Tschüss! Oh nein, glaube ich, du bist zu einem! Ja, vor euch! Alter, was? Der springt auch einfach weiter, hä? Das kann doch nicht sein! Der ist halt ein Hacker, sag ich doch die ganze Zeit! Alter, halt dein Maul! Guck dir doch mal an, wie illegal der Curry aussieht, Alter! Ey! Das war schön! Tobi, warte mal! Tobi, geil! Nein, das war Pan! Oh, Entschuldigung, mein Gott! Ja, das gibt's doch gar nicht! Doch! Nein! Ah! Warte, warte, warte! Der hat schon aufgehört, weißt du! Oh nein! Oh nein! Fisse! Los, Curry! Äh, los, Tobi! Entschuldigung! Tobi, Tobi, du wirst es schaffen! Rrrr! 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 Nice! Alter! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hilfe! Wo bist du denn? Alter, wie groß ist das hier? Nein! Fisse! Wo bin ich? Hilfe! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo? Stopp! Das wär so ein Stoppable gewesen, oder? Nein, 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 nein! 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 Alles klar! Scheiße! Scheiße! Ach Tobi, du hast es verdient! Hey, komm! Hey, Curry, komm mal rein! Boah, wie lange wir jetzt auf diese... Das war immer noch die Erste! Oh, Scheiße! Tschüss! Nein! Hä? Oh! Ups! Oh, Curry! Was ist das denn für ein Harteckigkeitsschiss? Oh nein! Ich hab mal jetzt... Das ist hier... Wo! 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 Hä? Das ist aber gar nicht... Ja, Erik, schaffst du das für dich! Ich wollt's grad sagen! Nee, nee, nee! Das wär jetzt aber auch echt... Guck ihm wieder an, diesen schmierigen in seinem rosen Anzug, weißt du! Hey, Leute! Boah! Hä? Was? Der war von mir gerade! In der letzten Runde! Der will immer noch! Der will immer noch! Was ist das denn für ein Harteckigkeitsschiss? Was ist das denn für ein Harteckigkeitsschiss? Nein! Ich war wieder! Juhu! Oh Gott! Wow! Nein! Die scheiß Kiste! Juhu! Oh, Alter! Wie sehr alles gegenkloppen! Und guck mal, wer wieder vorne ist, weißt du! Ja! Nur durch deine Hexmann! Danke! Ähm! Curry! Das war jetzt... Das war jetzt ein bisschen blöd! Oh Mann! Oh! Was? Wir sind dich, Erik! Alter, als ob der einfach... Der hat halt natürlich auch einen Trapplinghof wieder, weißt du! Woow! Ähm! Nein! Hoh! 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 Woh! Nein! Was?! Oh, wie gemein! Alter, wie einfach der noch den Meteor nach hinten geschossen hat, weißt du! Ja klar! Der dreckige Toben, Alter! Kann sich nicht mal waschen, aber Meteore schießen, weißt du! Woh! Hoh! 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 Das gibt's doch nicht! Es ist immer der Curry vorne, weißt du? Immer der Curry. Was man auch macht, es ist immer der Curry. Alter, Tobi! Was? Hilfe, Hilfe Tobi. Geh weg jetzt. Geh weg Tobi. Was passiert? Ach komm, Alter, das ist doch kreise. Du, das liegt so. Ich bin der Tobi, ich hab zwei Punkte. Was will er denn nicht zu mir? Man, ich will auch mal Stimmung machen. Ich muss das so ausnutzen. Ich war doch noch nie auf der anderen Seite. Ich muss das so ausnutzen. Was war das für ein Move, Tobi? Das war der Buch des Jahrhunderts. Nein! Oh Mann, was ist denn mit diesen Scheiß-Wänden hier immer mit... Oh Mann, Curry, was machen wir da? Warte mal, stopp! Juhu! Mal zu spät. Juhu! Juhu! Alter, was ist hier los? Juhu! Juhu! Ich gönne Tobi jetzt den Sieg! Was? Warum ich nicht? Also ich hab schon Punkt. Ja. Tobi hat aber auch schon Punkt. Was? Nein! Juhu! 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 Hey! Nein! Nein, das ist wies. Nein! Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade noch ausgewichen bin. Ich habe keine Ahnung, was? Nein! Nein! Alter, das geht doch nicht! Erik, hol ihn hier bitte. Du hast einen Haken, Erik. Ja, ja, ich weiß. Das geht nicht. Ich sei so dumm. Ja! Ja! Nein, Alter, das gibt es doch nicht, ey! Alter, ich rassle raus! Mann! Mann, ey! Au! Was war das denn? Nein! Nein! Es ist gut da oben, wenn man die ganze Zeit auf den Platz spricht. Oh, scheiße! Och, Mann, ey! Was? Warum ich? Ja, keine Ahnung. Weil du so kalt bist, Curry. Deswegen. Boah! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das prangere ich an! Die Mann dreht an! Das gibt's doch nicht! Stopp! Stopp! Oh! Erik, bleib mal stehen! Tobi, hast du hier mal was für dich gemacht? Was? Das war ein krasser Schuss, Mann! Hab ich das richtig gesehen? Was denn? Einer von den... Ernst? Das war... War das echt? Das war echt, ja! Krass! Hab ich das nicht zu mal gefunden! Das ist aber leider nie dazu gekommen! Oh, Mann! Oh, Mist! Ach, komm! Ey, Mann! Hey, Tobi! Hey, Tobi! Ich hab dich auch gerne, ey! Sieht aus wie König der Löwen, ey! Ja! Hakuna Matata! Ja! Hey! Nya! 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 Ciao! Nya! Hey! Der rutscht einfach runter! Shit! Ah! Juhu! Och, Mann! Oh, Mann! Ja, genau! Scheiße! Ach, komm, Alter! Ihr seid doch richtige Habibis, Alter! Nein, nein, scheiße! Habibis sind wir! Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid... Ich halal seid ihr! Das ist euer Problem! Ich bin... Shalom! Nein! Alter, Curry! Curry, ich köpfe dich! Ich köpfe dich, Junge! Na ja! Herr, du geiler Enten-Sau, du... So! Du... Arschlochenten-Dings! Das gibts doch gar nicht! So! Weil do donut. Stopp! Wow, Duby. Geil! Er... Oh nein, das war doof. Aua! Ich dachte grad, ich hab was anderes. Oh, was? Hey, paddling! Ich war ein Einbruch! Das spiegelt nur deinen Charakter wieder, Curry. Oh nein, das gibt's doch nicht. Genau wie das am Meteor. Oh mein Gott! Das war knapp. Das war richtig knapp. Ah, Mist. Alter, Tobi noch einmal, ne? Weg, weg mit dir. Und ein Thema! Was? Fuck. Nein, nein! Oh nein, komm, was du das ist, tut mir leid. Tobi, du bist doch ein Unmensch einfach. Du bist so ein Unmensch. Du bist so ein gefühlsloser Roboter. Da war ein Kistenheck, da musst du A drücken, wenn die kommen. Nein, hä, warum schwingt der nicht? Ah, das gibt's nicht, der kommt halt trotzdem nochmal. Klar. Ah, krass. Okay, schau mal Curry aus jetzt. Reicht's langsam. Oh Mann, ich hab ein Geschick gekriegt. Dieses genetische Monster einfach, weißt du? Alter. Alter, sag ich doch. Der Typ ist der Predator des Gaming, Alter. Der sitzt doch mal mal. Alter, Tobi. Tobi, Tobi! Tobi, nicht nervös werden. Nice, Alter, Tobi! Was für ein Kann. Alter! Tobi, Tobi, Tobi! Wir hatten beide noch Haken. Aber Tobi hat gewonnen, Arschloch. Alter, ich... Arschloch! Wir hatten halt echt beide noch Haken. Ich hab nur die ganze Zeit drauf gewartet. Weil ich genau wusste, wenn ich ihn einsetze, machst du das auch. Ja, ja, ja. Alter Schwede. Boah, ich find das Spiel so geil einfach. Wir sind raus für heute, Leute. Ist Ende jetzt. Alter, voll geil. Spiel Speedrunners. Es ist technisch vielleicht nicht perfekt, aber es macht so viel Spaß mit Freunden. Es ist toll, wunderbar. Wo ist das Problem denn? Ich hab jetzt Kustchen hier, Mann, ey. Weiß ich auch nicht. Wisst ihr, was wir auch mal wieder spielen müssten? Na? Wir mussten ja wieder dieses Spiel spielen, wo man sich gegenseitig Fallen stellen muss. Das war auch immer lustig. Ah, ja, aber... Ultimate Chicken Horse meinst du? Ah, ja, ja, ja. Das kam nicht so gut an bei mir irgendwie. Ich hab mich voll gewundert, weil ich das voll lustig fand auch. Ja, fand ich auch. Ich glaub mal, die Leute haben das nicht so. War eigentlich auch lustig. Vielleicht waren das andere Kommentare. Vielleicht... Das wird dann, was die Leute sagen. Tobias! Ja, tschüss, ne? Ja, mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschau! Macht's gut! Wir fahren. Nein! Pan? Was war das denn? Ja, ich hab... Ja, wir müssen es enden, ne? War dann auch bitte. Habt ihr schon beendet? Die Aufnahme? Ja. Nein. Oh. Jetzt hab ich sie beendet. Guck mal, Erik, der will die wieder gewinnen. Guck mal, der muss wieder eine Runde haben. Das Spiel macht mir Spaß! Lass mich doch einfach mal Spaß haben! Ich will jetzt einfach nur gewinnen! Oh. Ey! Wie Curry die Map auswendig kennt! Mach den fertig! Weg! Voll gemein! Guck dir an, wie er die Kisten auswendig kennt! Wie Curry alles auswendig kennt! Ey, was war das denn? Alter, tschüss! Lass mal gegen Tobi verbünden! Ich hasse den! Ich hasse den! Tschau! Tobi, du bist hart! Alter 4! Tobi! 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 Tobi!